Ja, also, wir können letztens hier noch die nächste Spielung alles nochmal wiederholen. Aber unser Programm ist halt alle. Wir haben eigentlich einen Umsatz in der Band. Also wir spielen nur mit mir an einem Raum, zwei Mal das gleiche Stück. Und deswegen eigentlich können wir jetzt nicht zuspielen. Das ist ein Ruhi, das haben wir noch. Das haben wir heute auch noch nicht gespielt. Das haben wir heute auch noch nicht gespielt. Alle Leute, die denken, dass Wunderin Schumann gespielt, die wohnen sich. Irgendwann um 7 Uhrzeit wurde es heute noch nicht gespielt. Nicht hier. Und, ja. Ist nochmal schon zu mitsingen, lachen vor uns. Deshalb lasst es uns. Ja, vielen Dank, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ja, ich bin jetzt ein bisschen platt, ja. Also, Georg, sag mal was Schönes. Was Schönes. Ja, was Schönes. Das war jetzt. Tiefig hat mir die Wörter auf den Mund genommen. Worte gejuckt. Ich sag Wörter. Weil die Wörter haben mich sehr rein. Gut, genug genug geschissen. Guck mal was. Eigene Wörter haben mich. Ja. Ja. Was schönes. Jetzt. Da war das Schuss. Ja. Da war das Schuss. Und das war das Schuss. Ja. Das war's. Ja. Grüß dein, grüß dein, grüß dein Wort, grüß dein auf der Weile. Die Boxen. 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 Die Boxen.